Bayern ist das Gegenmodell zum Bund. Wir setzen auf Innovation und Investition, nicht auf Rezession und Resignation. Wir leben in einer Zeit ganz großer Veränderungen, deswegen müssen wir mehr machen. Wir in Bayern machen mehr. Mit der Hightech-Agenda Bayern nehmen wir 5,5 Milliarden Euro in die Hand, um ganz gezielt unsere Hochschulen, die Wirtschaft und vieles andere mehr in Bayern hier zu stärken und auf Zukunftskurs zu trimmen. 5,5 Milliarden, nämlich indem wir 1.000 Professuren an die bayerischen Hochschulen bringen. Wir wollen die besten Köpfe der Welt nach Bayern holen oder umgekehrt die größten Talente hier in Bayern halten und ausbilden. Wir wollen neuen Ideen Raum geben. Wir wollen in allen Regionen Bayerns Technologietransfer ermöglichen. Wir wollen den Wohlstand von morgen sichern und zwar nicht, indem wir abhängig sind von anderen, sondern indem wir selbst das Heft des Handelns in der Hand halten. Das ist unser Kurs in Bayern, weil wir der Überzeugung sind, dass wir eine Kombination haben, die uns vielleicht die ganze Welt beneidet. Heimat und Hightech, unglaubliche Lebensqualität und gleichzeitig eine einzigartige Fortschrittsbegeisterung. Das gibt es nur in Bayern. Das wollen wir auch in Zukunft so halten. Und da wissen wir den Wirtschaftsbeirat Bayern an unserer Seite. In diesem Sinne, alles Gute.